Hey Leute, was geht? Wahlortan am Start. Wir haben den 4.11. kurz vor halb 11 oder so circa. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geschaut. Mein Fieber ist einigermaßen wieder weg. Also es ist nicht mehr so stark wie gestern. Aber ich habe die Nacht richtig scheiße geschlafen. Ich bin vier, fünfmal wach geworden. Aber naja, ich bin denke ich mal auf dem Weg der Besserung. Und ich denke mal, dass das jetzt in zwei, drei Tagen wieder komplett gut ist. So Leute, jetzt erstmal noch schönen Kaffee trinken. Und dabei noch schön ein Video schneiden bzw. gleich auch rendern. Und dann nachher hier noch schön zocken. Wer wird zwei Leute? Ja Digga? So, jetzt erstmal noch ein Stück Kuchensnacken Leute. Mal ein erstes Essen für heute. Und gleich noch weiter WW2 zocken. So Leute, jetzt erstmal was essen. Wir haben, keine Ahnung wie viel wir haben. Ich muss mal gerade gucken, Moment. Wir haben 10 Uhr abends. Das hier ist jetzt mein Mittagessen. Den ganzen Tag, außer das Stück Kuchen, noch nichts gegessen. Den ganzen Tag nur WW2 gesuchtet, Alter. Grüße an David gehen an der Stelle raus. Und Leon und ich gehen auch Grüße raus. Und an Jerry gehen Grüße raus. So und hier sind genug Gamplies für die nächste Zeit auf dem Gaming-Kanal. Um genau zu sein, sind das Ganze jetzt schon mal 21 GB bei 22. Dann habe ich noch 85 GB BO3 Gameplay-Material. Da wird definitiv sehr, sehr viel noch kommen. So und während ich die Pizza esse, schaue ich mir jetzt auch das neue Video von ScorpionPlays an. Und Digga, Marcel, auf meinem Gaming-Kanal bin ich genauso aktiv wie du. Da kommen auch Daily Gameplays. Also Digga, du bist nicht mehr der aktivste deutsche COD-Streamer oder YouTuber. Sondern so gesehen, mit mir denke ich mal, wir beide teilen uns den Platz. Nur du bist ein bisschen größer. So, da ich heute so gut wie gar nichts gegessen habe, esse ich jetzt noch gut was. Wir haben 2 Uhr, oder wie viel Uhr haben wir? Ja, 2 Uhr 19. Das ist noch die halbe Pizza, die vom Mittagessen übrig ist. Dann noch ein Stück Kuchen. Und noch ein Wäckchen mit Fleisch. Salat drauf. Sieht so aus, als ob es auf meinem Bett liegen wird, aber macht es nicht. Voll die optische Täuschung. Und jetzt noch schön gediegen in der Folge Walking Dead schauen.